Ja, Bernd Rixing und ich, wir haben in Elgersburg den klaren Auftrag bekommen, dass wir einen Vorschlag unterbreiten für die Frage der Spitzenkandidatur. Und wir haben gemeinsam mit Gregor Gysi einen Vorschlag erarbeitet, den haben wir heute im Parteivorstand vorgestellt. Dazu gab es eine sehr gründliche, auch nachdenkliche Debatte. Ich freue mich, um das mal vorwegzunehmen, dass es in der Runde der Landesvorsitzenden ein einmütiges Votum dafür gab und im Parteivorstand eine breite Zustimmung bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Ich möchte vorweg sagen, dass natürlich der Stellenwert dieser Frage für uns zwar immer sehr hoch gespielt worden ist, medial. Wir persönlich haben immer gesagt, wir stellen weder einen Kanzlerkandidaten noch Vizekanzlerkandidaten und auch keine Kanzlerkandidatin. Insofern hat das für uns einen anderen Stellenwert und wir wollten deswegen bewusst auch ein Zeichen setzen für ein anderes Politikverständnis. Wir, und das sehen Sie ja hier, haben einen Vorschlag unterbreitet für ein Team, und zwar ein Team für den Politikwechsel. Das sind acht Köpfe für einen Politikwechsel, für einen wirklichen Wechsel. Dabei waren für uns verschiedene Kriterien ausschlaggebend, regionale waren es nicht. Uns war wichtig, dass wir zum einen, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit für linke Politik, dass ein Vorschlag im Zeichen von Geschlechtergerechtigkeit ist, also dass es eine Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern gibt. Zum Zweiten dieser Vorschlag auch den Generationenmix verdeutlicht. Und zum Dritten, wir die verschiedenen Traditionslinien, die es in unserer Partei gibt, aber auch die ja dafür stehen, für die unterschiedlichen Milieus, die wir ansprechen, abgebildet sind. Und letztlich natürlich auch, dass die Personen jeweils konkret für Kernfelder linker Politik, für Kernprojekte eines Politikwechsels stehen. Das wird gleich im Konkreten Bernd Rixinger vorstellen. Also das sind unsere acht Köpfe für einen wirklichen Politikwechsel. Wir werden danach noch für ein Foto das entsprechend aufstellen. Die Mikrofone dann wegstellen. Ja, wir sind beide große Anhänger von Teamlösungen und praktizieren ja selber auch in der Linken Teamarbeit, was in der Partei durchaus auch honoriert wird. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich das Team jetzt vorstellen darf. Wir haben das natürlich an inhaltliche Kriterien gebunden. Die Linke versteht sich als Motor für den Politikwechsel. Sprich, wir werden im Wahlkampf herausstellen, dass wir die zivilisatorischen und sozialen Errungenschaften in dieser Gesellschaft verteidigen. Dazu gehört im Übrigen auch Demokratie und Bürgerbeteiligung. Gregor Gysi steht wie kein anderer für diesen Politikansatz und er wird selbstverständlich Mitglied dieses Teams sein. Die Linke vertritt die Position eines gerechten Weges aus der Krise. Und wir werden im Wahlkampf dafür streiten, dass die Lasten der Bankenrettung und der Art der europäischen Krisenlösung nicht auf den Brücken der Mehrheit der Bevölkerung ausgetragen wird, dass Bankenmacht begrenzt wird und reguliert wird. Und Sarah Wagenknecht steht für eine solche Politik der Linken und deswegen wird sie natürlich Mitglied des Spitzenteams sein. Gewaltverzicht in den internationalen Beziehungen ist eine Kernbotschaft der Linken. Die Linke wird im Wahlkampf stehen für den Rückzug der Bundeswehr aus den Kampfgebieten. Wir sind gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr und gegen Waffenexporte. Jan von Aken hat sich als ehemaliger UN-Waffeninspektor, Abrüstungsexperte und Friedenspolitiker der Linken profiliert und wird deshalb Mitglied im Spitzenteam sein. Wir stehen dafür, dass die Benachteiligung im Osten abgebaut wird. Noch immer gibt es starke Differenzen bei den Löhnen, bei den Renten. Ein ungeheurer Skandal und auch die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern bleibt hinter der der alten Bundesländer zurück. Wir haben uns vorgenommen, diese Interessen speziell auch im Wahlkampf aufzugreifen. Dietmar Bartsch wird diese Rolle im Spitzenteam übernehmen und wir freuen uns, dass er dabei ist. Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit ist geradezu ein Kernslogan linker Politik. Die Linke wird im Wahlkampf für Löhne werben, von denen man leben kann, eine Rentenoffensive starten und uns für menschenwürdige und gute Arbeitsbedingungen stark machen. Klaus Ernst als profilierter Gewerkschafter wird in dieser Rolle im Spitzenteam seinen Platz haben. Bildung ohne Grenzen und Gebühren, der Kampf für einen gebührenfreien Zugang zur Schule und Hochschule, oder man kann sagen von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule, ist ein Kernelement linker Politik. Da ist im Übrigen noch viel zu machen, wenn man nur daran denkt, wie der Ausbau der Kindertagesstätten hinterherhinkt. Nicole Gohlke wird als ebenso junge wie engagierte Hochschulpolitikerin im Spitzenteam dieses Politikfeld vertreten. Soziale Sicherheit von Anfang an, Die Linke wird auch im Wahlkampf 2013 das soziale Gewissen der Republik sein und als Ideenwettbewerb für den sozialen Fortschritt mit innovativen Vorschlägen die Politik verändern. Wir wollen im Wahlkampf die Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen, Eltern als Anwältin für deren sozialen Fragen in den Mittelpunkt stellen. Diana Goitze ist seit 2005 im Bundestag und die Anwältin für die sozialen und politischen Rechte der jungen Generation und verantwortet in unserer Fraktion seit fast drei Jahren das Feld der Arbeits- und Sozialpolitik. Auch sie wird dem Spitzenteam angehören. Energiewende geht nur sozial. Die Linke ist die Partei der sozialen Energiewende. Wir vereinbaren die sozialen und ökologischen Fragen und wir streiten dafür, dass die Kosten des Energieumbaus nicht auf die Verbraucher und Verbraucherinnen abgewälzt werden und insbesondere, dass Durchschnittsverdiener und Menschen im Niedriglohnbereich auch die Energiekosten bezahlen können. Wir wissen auch, dass die Mieten inzwischen die Löhne auffressen und das Thema Mieten und steigende Mieten eine immer größere Rolle spielt. Und es wird auch im Bundestagswahlkampf eine prominente Rolle bei uns spielen. Karin Lay ist eine engagierte Kämpferin gegen Stromsperren für bezahlbare Energiepreise und einen engagierten Verbraucher- und Verbraucherinnen-Schutz. Und sie ist auch eine Mietexpertin unserer Partei. Und damit wäre das achtköpfige Spitzenteam, auf das wir sehr stolz sind, unserer Partei vorgestellt. Und wir sind überzeugt, wir werden mit diesem Spitzenteam erfolgreich und im großen Konsens und motiviert in den Bundestagswahlkampf gehen. Wir haben das Team gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden im Jahr ausgearbeitet. Insofern, Gregor. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Fraktionsvorsitzender kann ich Ihnen nur sagen, dass wir, wie ich finde, auch bei meinen Erfahrungen eine gute Lösung gefunden haben. Das spiegelt eigentlich auch unsere Stärke wider. Wenn Sie so wollen, ist das ein Spitzenteam, das auch unsere Erfahrungen in der Fraktion ausreichend berücksichtigt. Und zwar sowohl, was die Kompetenzen betrifft, als auch die verschiedenen Herangehensweisen, als auch die unterschiedlichen Generationen. Also, ich sehe das sogar als eine Stärke von uns, dass wir ein so großes Team gebildet haben und damit umgehen und aktiv jetzt in den Wahlkampf schreiten. Letztlich geht es in dem Wahlkampf darum, deutlich zu machen, dass wir für eine gesellschaftliche Veränderung stehen. Den anderen geht es immer bloß um Personalwechsel. Uns geht es um eine gesellschaftliche Veränderung. Und das wird dabei, finde ich, besonders deutlich. Und dafür streiten wir auch in der Fraktion, wenn Sie so wollen, täglich hier in Berlin und natürlich auch außerhalb des Bundestages. Und das Zweite ist, dass sich alle engen Konstellationen, die sich jetzt herausbilden, diese ganze Spielerei bei der FDP, aber auch bei der SPD, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das geht mir alles ein bisschen auf die Nerven. Ich finde, unser Ansatz ist ein anderer. Indem wir hier ein Team vorstellen, sind leider zufällig alles Bundestagsabgeordnete, das ist so, aber das macht ja nichts, und dass wir dann gemeinsam streiten und kämpfen werden. Und zwar einerseits im Bundestag, aber selbstverständlich auch außerhalb des Bundestages und einen guten Wahlkampf hinlegen werden. Ich bin immer noch optimistisch. Ich denke, wir können ein zweistelliges Ergebnis schaffen. Und ab heute werden wir, so gut es geht, daran arbeiten. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020